Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind weiterhin dabei, das Schloss Kevis einzunehmen und eigentlich wollten wir uns hintenrum schleichen, haben aber aus Versehen hier vorne, direkt am Eingang zu Kolonie 11, eine Heldenmission getriggert. Und festgestellt, ja, wir sind durchaus in der Lage, das vom Level her zu schaffen. Also würde ich sagen, schnappen wir uns die Helden noch, bevor wir uns weiter aufmachen. Also ich finde es nicht verkehrt. Von daher, weiter geht's. Es ist auch, ihr seht ja, Level 35, wir sind Stufe 41, wir wischen mit den wirklichen Boden auf uns. Wir haben ja offiziell erlaubt, es von deren Kommandeuren zu verhauen. Warum auch immer, die Frau ist ein bisschen, äh, like-minded. Ein bisschen, äh, interessant auch, sagen wir mal. Aber gut, ihr seht es ja wirklich, es ist relativ easy. Ich bin mal auf den Kommandanten, äh, 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 Kommandanten, nicht Kommandanten, Mann. Den Nöbius, den, ich hab's jetzt echt vergessen, wie die heißen. Den jeweiligen Nöbius, Nöbius, gespannt. Seht ihr mal, wie schnell die hier kaputt liegen. Ah, das ist schon, äh, äh, ehe ich mich positioniert habe, sind sie schon wieder kaputt. Ach, sogar neuere Zufung, okay. Okay. Oh, komm schon, zackt. Ah, die stehen nicht durch und voreinander, aber gut. Angriffskette brauchen wir nicht, das dauert viel zu lange. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir einfach mit Standardangriff nie weitermachen. Wir sind hier schon ziemlich überlegen, zumindest bis jetzt. Konsulen hießen sie, Konsulen, verdammt. Ja, da wird ja garantiert noch einer kommen. Oh Gott, je ne. Wenigstens kriegen wir viel Soldaten. Ich hab überhaupt keinen Überblick mehr, was hier geschieht. Alles, alles, alles sehen wie gut. Unübersichtlich. Alles sehr unübersichtlich gerade. Aber ist auch nicht so tragisch. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt richtig auf den Deckel vom Konsul gleich. Fühlen uns hier total sicher. Ja. 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 Da brauche ich keine Angriffskette, da brauche ich keinen. Vielleicht doch. Keine Ahnung. Zeig mir mal einen Oro. Oro ist noch rein. Blatt der UnwohlなたHeyer. Blatt der Unwollsame. Blatt der Unwollsame. Geht. Konsul? Ja, zweiter. I'm sure right now she's drunk on the feeling of controlling the soldiers like puppets. So those soldiers, she's just fleeing them at us against their will, trying to beat us down. Ugh, what a snuffing creep. Makes me want to hurl. I wouldn't pay that too much attention. My guys are enjoying themselves regardless. Oh, really? And how exactly do you figure? Can't you tell from how much of a fight they've been putting up so far? They're seriously coming for blood. Well, mostly mine, of course. So, what? The Consul doesn't even need to force Colony 11 to attack us? Seems like a stretch, even considering our current company. I couldn't say for certain. They're the same as I am, after all. The more you say, the less I understand. Are you just gonna keep skirting around it? Whoa, now. Don't you just sweat the finer details? All you need to do now is enjoy the flavor of what it is. Yeah, yeah, total. Ah, yeah, yeah. The next battle will be even tougher. Which is to say, that much more fun. Mhm. Hm. Moment. Ähm. Was wollte ich... Ich wollte mal auf Tag schalten, weil es ist wieder so unfassbar dunkel. Hier kann ich's ja wenigstens. Zwei Uhr morgens. So. Das ist doch schon besser. Warten wir noch zwei Stunden bis zum nächsten Kampf, einfach damit das Bild besser ist. Mhm. Jetzt sind wir noch bei der eigenen Kolonie, ja. Äh. So. The traitors have arrived. Or perhaps I should call you beasts. Driven by my hounds. So you're the console for Colony 11. Ouroboros scum. Have a care for how you address me. Nö, ich denke nicht dran. Du stop, du stop, du stop. Ruh. Ich hab dich mit Respekt, Madame Consul. Du hast uns traitors, gerade jetzt. Wenn ich, keine Ahnung sie, bin ich zu beobachten, von den Verbrechen von Trezeln... Ich bin Angst, dass der Great Consul uns in den Reisen wird. Die Beasts, die wir sind. Du bist wie impugnet als immer. Du engagierst in der Krieg ohne Orden. Du benutzt die Taktik in der Krieg. Du verabschiedst, die Militär Regulation abgibt. Und dein Schmerz der All-Wort? Multiple, unvergivable flights towards a Consul. Du wirst nicht versuchen, es zu verabschieden. Alle die Soldaten hier haben das gesehen. Und als Ergebnis, wir haben viele Vigerte. Wir haben unsere Glückwunsch und Militär Erfolg. Was die Consul desigert. Und wenn ich suche Orden? Die macht einfach so wild, okay? Ja, jetzt mal sie das Schloss Kevis beschützt, ne? So, you have no further use for me. I should think a suicidal maniac like you would cherish being destroyed by her countrymen. You, shut your rotten mouth. Marcy, then it seems you have been laboring under several misconceptions. How foolish. You use this chance to spout more drivel? Until now, Colony 11 would rush off to battle wherever you waved your hand. But you see, we did it because we wish to. If there was a battle we felt was worthy of us, we soldiers would give our lives fighting it. That's all we ever wanted. My soldiers. And myself. What are you driving at? Looking at it another way, nothing else matters to us but that. Not even fighting against people who are our allies until only yesterday. And not even obeying someone who isn't worthy of being our master. Is it dawning on you yet? What? What are you blathering about? The pawns you thought were faithful to you were truly worth less to you than the mud under your boot. Since the very beginning. Seek your confounded blathering this instant! Oh, this is getting on my nerves. If it's all the same to you, I'd really like to drop it now. So, come and kill me. If you can. Ha! 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 She's not like anything else you've fought. Yeah, I'm killing that impression. Well then, Uroboros. Time for the fight we've all been waiting for. Fecha level? Fecha level? And the 10th. Ah, nice. I'm proud of you. Well. I'm proud of you. Come on. I'm proud of you. 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 Oh, 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 oh. Oh, war das? Sei doch mal still. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Wir müssen hier noch ne Oroboros-Runde geben, oder? Also, jetzt fährst du drauf. Das war nicht schlecht. Achso, jetzt noch Kleinkampf dazwischen. Boah. 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 Das ist etwas anderes. Right. A victory needs fireworks. Make it something big. You came all this way. Um, is she saying what I think she's saying? She does have a point, I suppose. You guys are a silver colony. You sure about this? Didn't you hear my speech? I said nothing else matters. Not to us. So? Got you. Here we go! There. You're all free now. No need to fight. No need to take life from others. Hmm. I wonder if you can really call that freedom. Hmm? Care to explain? My soldiers and I... We were never fighting for the sake of earning life. In the first... Back up, back up. Sure you had to be, right? I mean, that's the usual setup. True, true. Normally you'd fight to keep the clock fed. Only natural. But for us... We live so we can fight. It's how we've lived our lives. Living to fight? Sounds kinda awful. You must understand now that you've crossed blades with my troops. I didn't follow the consul's orders because they were frightened for their lives. We were using the situation we're in to our advantage. Huh? What's the point of that? I should think it's obvious. We hope that someday we can have a proper fight to the death. With mighty warriors like you. Okay? I've taken part in all these battles to make that dream real. That's all. I... I see. No, not I see, Senna. Just think about it for a sec. These guys have been killing each other, having their own little murder party. It's crazy. Yeah. If you're gonna be blunt about it, then that's exactly what it was. That doesn't make it any better. All this living to fight crap. How many lives will you need to take before you're satisfied? Or maybe you wanna die, is that it? Yes. I want to die. Okay. Good try. Wait. You ain't serious. Is it that surprising? A soldier like you should... Hmm. Grow the snuff up. Grow up, I said. So you wanna fight? You wanna die? What the snuff is your problem? You come out with all this highfalutin crap, but really, that Consul was right about you. You're nothing but a bloodthirsty beast, aren't you? Hang on, Uni. No. You listen. You ain't gonna involve us in your stupid, suicidal quest. Just leave us alone, alright? Uni? That was out of what- Point Dexter. Whoa. I am pretty exhausted after all this. I think I'll take a load off somewhere. Oh, you can all make yourselves at home. Consider it a thank you for joining the fight. Asherah, shouldn't we- Well then, I'll be off. What you do is a- Uni. That was not cool. I want you to apologize later. Please tell me you're not taking her side. Everyone should be free to choose how they want to live their life. Wasn't Ethel the same? Oi, she's nothing like Ethel, got it? Well, that's for sure. But you did kinda go overboard there. Uni, I know how you feel, but could you try? Fine, you win, whatever. I'll talk to her, will that do? Sure. Psych. Weißt, wir sind noch nicht durch? Okay. Let's use this. Hey. Hm? Um, I mean... Well, I-I wanna talk about before. I'm sorry. I went too far. What are you laughing at? I'm being serious here. Ah, no, sorry, sorry. It's just... You surprised me. And I don't think you went too far. What you said was the unvarnished truth. And that stuff about wanting to die? Even without flame clocks, people die at some point. Be it sooner or later. So, before that happens, I want to leave my mark on this world. Some kind of proof that we were here. In the short time we've been given. For me, that is what I want to achieve. By dying. Sorry, I still don't get it. Ne, ich auch nicht. It seriously just sounds like you want to destroy yourself. Dying to fight and fighting to die are different. Though they might sound the same. If I can make my death mean something, then I can finally prove my life had value. This is immer noch doof. Live fiercely, die spectacularly. That's how I want the battlefield of my life to be. Well, all that said, looking from the outside, all people see is the suicidal maniac. And Colony 11 is the last refuge for people like us. Isn't that funny? No. I don't see the joke. You really are insane. How many times have you said that today? I suppose. But, hmm? At least now I get that you're not enough of an idiot to throw yourself off the top of here. And your life really is yours to do with as you see fit. It's not my place to go off on you just because we don't see eye to eye. Besides. The way you fight. Fearless and fierce and all that. Honestly. It's kind of awesome. Yeah. I think so, eh? What? Reving up for another dig? No. How do I put it? No one's ever talked that way to me before. I guess. I'm happy. Maybe. You ain't embarrassed, are you? You? This is priceless. Yeah? Couldn't you tell I was joking? I really seriously hate you. Oh, that hurt. And here I was taking a liking to you. I mean, from now on we're all fellow rebels. So, you know. You and I should be friends, Uni. Okay. Wer ist der Klassenerbe? Entweder Uni oder Lanz. Einer von beiden. Denk ich mal. Würde mich wundern, wenn's jemand anders wär. Du hast den Kampf mit Kolonie 11 beendet. Nachdem Uni erfährt, wieso Asherah kämpft, ahnt sie weitere Schwierigkeiten voraus. Und jetzt. So, Uni oder Lanz? Oh. Ich sag jetzt einfach mal Uni. Ja. Okay. Okay. Okay, Asherahs klasse. Einfamer Exzellanz. Zieht durch Angriffe viel Gegnerwut. Aufsicht. Werden Streiter in der Nähe angegriffen. Schläckst du mit Kontern zurück. Are you tired? We can rest a while. Hey! Genau. Ich würd jetzt als nächstes mir hier die Kolonie anschauen. noch kurz drüber schwätzen. Und dann machen wir uns direkt wieder auf. Zur Hauptmission, würd ich sagen. Ich würd jetzt, naja, kommt drauf an, wenn jetzt so kurze Missionen mit ein bisschen hinterherrennen dabei sind, würd ich die sogar noch mitmachen. Gucken wir aber beim nächsten Mal, würd ich sagen. Es ist doch schon mal ne feine Sache, dass wir hier jetzt eine neue Klasse dabei haben. Ja, hier ist sie. Also doch grob in der Reihenfolge, zumindest vom Level her, würd ich sagen. Weil Exandrea hat ja einen höheren Level als sie jetzt. Also fehlt uns hier noch was auf niedrigerem Level. Anscheinend geht's nach Level oder so. Aber wo sollen wir den, die finden? Keine Ahnung. Aber es geht ja vorwärts mit unserer Sammlung. Von daher, alles gut. Lassen wir sie jetzt erstmal in der Truppe? Ne, eigentlich nicht. Ich will ja, dass, äh... Oh, schon Stufe 3. Dass sie jetzt erstmal hier ihr's fertig macht. Das ist eine C, das dauert ein bisschen. Und dann nehmen wir wieder Valdi rein. Ich komme mit dir. Ja. Aber, war ganz nice. Achso, ist jemand fertig mit seiner Klasse? Ich hab jetzt keine Meldung gekriegt. Bank 10, doch da, Juni ist fertig. Ja, Juni ist fertig. Also vielleicht kann ich... Gucken wir mal. Deine aktuelle Klasse, die den maximalen Rang erreicht. Genau. Ja, dann gehen wir doch direkt auf sie hier. Das wird doch dann ein S sein. Ja. Haben wir irgendeinen anderen auf S noch? B. D. Hier fehlt noch ein Angreifer. Den U hab ich noch gar nicht fertig gemacht. Wär jetzt aber gerade nicht so angebracht. W. C. C. S. Oh, der in Titania ist aber auch ein Angreifer. Nö, dann machen wir das doch hier. Lernen wir das direkt. Zack. Perfekt. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Wie gesagt, mal schauen, was es so in der Kolonie gibt. Gut, dann gehen wir weiter in Richtung Hauptmission. Es war ja eigentlich ein Versehen, dass ich hier das getriggert habe. Aber verkehrt war es jedenfalls nicht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao. gå auf! Keine, dein Lieben. Beexplosion. Be So, bitte lassen mir тысяч E.